Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wieder sehen. Puh, und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihn. Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Warum macht es das? Ich weiß, was es ist, ich weiß nicht, wie es das macht. Okay, wie kommen wir da rüber? Timo. Ernsthaft? Du lässt mich hier so stehen? Okay, hab schon verstanden. Das ist ein High-Five. Das dauert fünf Sekunden. Das ist zu klein für einen Graben. Ich hab vergessen, den Roboter auf sein Grab zu stellen. Gehen wir rein? Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston. Ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas. Zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das... Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Tief. Weißt du noch, dass wir dachten, jemand könnte so leben? Wir tun es. Du bist neu hier. Ja, Joe. Ich bin Tommy. Bruder. Hier spielt... Hallo, wo ist halt die Welt? Vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marleen. Na, Kleiner? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Aber er ist wie ein Freund. Ja, aber warum? Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Ich hab nichts gesagt. Ich wette um eine Million, es geht. Klar. Ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Was haben wir denn? Wenn nach links. Vorsicht. Okay, das ist gut. Absenken. Langsam. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin hier. Oh, Herrgott. Ich halte Wache. Ihr solltet euch mal unterhalten. Ich halte Wache. Ich halte Wache.